Herzlich Willkommen zu einer Mountainbike Tour in Graubunten in der Schweiz. Die Tour bietet tolle Landschaft und Kultur. Der Streckenverlauf ist einfach und der Asphaltanteil überwiegt. Daher ist die Tour auch mit dem E-Bike einfach fahrbar. Außerdem ist sie durchgehend gut mit der Schweiz Mobilroute Nr. 225 ausgeschildert. Wir starten in dem kleinen Ort Preul oder auf Deutsch-Priegels. Von hier geht es schon bald auf einer Schotterstraße einige Meter bergab ins Tal. Diese muss man im Anschluss aber wieder auf einer Asphaltstraße erklimmen, bis man zur Belohnung den Eindrucksvollen der Nächster See erreicht. Der See ist mit seinem turkisenden Wasser und dem umgebenden mächtigen Felswänden und dem großen Wasserfall ein eindrucksvolles Erlebnis. Leider ist der Weg um den See für Mountainbiker offiziell gesperrt. Der Rückweg führt durch schöne Dörfer und mittelische Landschaft. Überwiegend auf Asphalt und gelegentlich auf Schotter und zurück bis nach Bregels. Viel Spaß bei den Bildern oder beim Nachfahren. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.